Hey Leute, schön dass ihr wieder da seid, zu Folge 12 von Wer wird Millionär, mit deinem Sön aufs gut ist, der letztes Mal schon abgeräumt hat und heute weiterspielt. Wie weit er kommt, was er drauf hat, das sehen wir jetzt. Let's play Wer wird Millionär. Durchzocken. Willkommen zur zweiten Folge von Wer wird Millionär. Schön dass ihr alle da seid. Wir machen weiter vom letzten Mal mit Chris, der letztes Mal die Frage von 10.000 Bahnwohnen hat mit der Haltung von Auskatzen und auch heute wieder dabei ist. Wir kommen zurück. Bist du bereit, weiterzumachen? 20.000 sind auf dem Programm. Jawohl. Ja, ich würde gerne weitermachen, das wäre schön. Dann legen wir los. Julian Nagelsmann wurde kürzlich im Alter von 28 Jahren zum aktuellen Jüngsten, Erzbischof, Bundestagsmitglied, Fußball-Bundesliga-Trainer oder zu Jüngsten Opa in Deutschland? Julian Nagelsmann. Im Alter von 28 Jahren. Zu Jüngst. Ich meine, ich habe mal was gehört von einem Bundestagsmitglied, dass da mal jemand ganz junges dabei sein würde, aber ich glaube nicht, dass wohl 28 Jahre. Beide Joker sind noch da. Du hast jetzt zur Folge einen Republikum-Joker gebraucht. 50, 50, 5 plus 1 hast du noch. Ich würde gerne den 50, 50 nehmen. Ich würde gerne den 50, 50 nehmen. Der 5 zu 50 Joker. Der 12. Joker im Spiel. Die End-Cellents. Falsche Antworten würde ich, und würde ich bestimmt bleiben. A. Erzbischof und C. Fußball-Bundesliga-Trainer Ich würde sagen Erzbischof Wie kommst du dazu? Also Fußball-Bundesliga-Trainer würde ich eher spontan eher nicht sagen, weil Vom Alter her ist das, also es gibt bestimmt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bestimmt schon jüngere gibt als 28, vor allem auch Meine ich, ja Wie alt sind unsere Bischöfe meistens? Schon ein bisschen, einiges älter und da würde es mich eher nicht wundern, wenn der Wenn der schon als jüngsten Erzbischof, wohl, Erzbischof, weiß nicht Nicht, dass du mich jetzt in die Ehre trippst, das wäre jetzt ein bisschen blöd Ich würde dich nur noch auf die 5000 zurückfallen lassen, aber die ja schon mal mindestens hier spielen Aha Dann Erzbischof, genau Dann doch Fußball-Bundesliga-Trainer würde ich dann sagen Bleibst du dabei? Nimmst du es? Ähm, ja Ich bin für nichts verantwortlich Nee, du bist ein Bundesliga-Trainer Erzbischof, wir sind noch deutlich älter als Mindestens wenn man mal Hirt sich um den Dreh, mindestens bis du mal überhaupt auf den Rang ausgleichen kannst Das dauert allgemein ein bisschen Bundesliga-Trainer wiederum ist weiter 20.000 Sehr gut Die Hälfte haben wir geschafft, kurze Pause, gleich geht weiter Und wir sind auch schon wieder zurück Jetzt ist der Podest, der 20.000 total gewonnen hat Und jetzt kommt 30.000 Kämpf, du hast noch den Plus Eins? Gut Mal gucken, wie weit es noch kommt Weiter geht's, 30.000 Da bin ich auch mal selber gespannt, um Elch zu sein Die derzeit ziemlich angesagten Bands Bilderbuch Wanda Wanda Kann man alte Heino-Hits Kommen aus Österreich Singen im A Cappella Oder produziert es Dieter Bohlen Gut, dass ich nichts mit Musik anfangen kann Da bist du nicht der einzigste Aber dennoch Obwohl Ich hatte es kein 2x50-50 Gift, den man gleichzeitig einpinden kann Benutzen kann Habe ich in dem Fall getan Also Ich habe noch den Plus Eins Stoker, ne? Dann würde ich den auch gerne benutzen Ich habe keine Ahnung, wenn diese Frage Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast Ich kann definitiv 2 Antworten ausschließen A und C sind es nicht Und ich bin mir fast sicher Dass es nur B-Kommen aus Österreich sein kann Punkt Alles andere würde für mich keinen Sinn machen Wie siehst du das? Hast du das gehört? Ähm, nee Nicht genau Also ich habe nicht alles gehört Nur manches Also A und D fließt da in jedem Fall aus Und wir sagen es ist B 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 Interessant. Die nächste Frage entscheidet, ob du 50.000 sicher hast oder nicht. Die Sicherheitsschube. 50.000 Dollar. Keine Joke, das wird noch schwieriger. Jetzt wird spannend. Mal gucken, wie es wird. Los geht's. Was wird immer häufiger mit dem Vermerk Notlaufeigenschaften verkauft? Fitnesslaufbänder. Smartphones. Heizungen. Oder Autoreifen. Ich hab da so ein Gefühl zwischen zwei Antworten. Jetzt kannst du viel laut sagen. Ja, stimmt. Persönlich würde ich sagen, eher Fitnesslaufbänder bezweige ich es sehr. Wofür braucht man da eine Notlaufeigenschaft? Heizungen. Notlaufeigenschaft. Was soll da die Not sein? Smartphones. Notlaufeigenschaften. Habe ich irgendwann schon mal was von Notlaufeigenschaften in Smartphones gehört? Nein, nur Strom, ich fahre im Modus. Ich würde eher, also spontan würde ich sagen, Autoreifen, weil Notlaufeigenschaften, da ist sowas auch unter anderem wichtig, dass es auch trotzdem bei schlimmsten Bedingungen weiterlaufen kann. Sollen wir es dann einloggen? Ich muss noch mal überlegen. Also Smartphones, habe ich irgendwas mit Notlaufeigenschaften? Ja, danke. Smartphones, Notlaufeigenschaften. Ist das nötig? Nein, Autoreifen dann. Ja, Autoreifen. Würde ich dann gerne einloggen. Ja, Autoreifen. Jawohl. Glaubst du selbst, dass du von der richtigen Antwort falsch geredet hast, vielleicht? Weiß ich nicht, ganz genau. Nein, hast du nicht, ist richtig. Ja, aber. 50.000. Und die sind jetzt sogar sicher. Von dem Schock, da holen wir uns erstmal kurz in einer kurzen Augen wieder. Okay. Willkommen zu dem nächsten Teil von Wer wird Millionär mit Bewusst, der gerade eben die 50.000 Dollar geschafft hat und du jetzt sicher oder sicher hast. Jawohl. Hier kann nichts mehr passieren. Du hast noch vier Fragen vor dir, aber keinen Joker mehr. Und die nächste Frage ist schon bei 100.000. Jetzt wird es ernst. Bereit? Ja, also ich schon. 100.000, es kriegt es passieren. Los geht's. Oh, das wird gut sein. Wer ersetzt jetzt sich in seinem letzten Band, äh, letzten Buch treibt es dann sehr persönlich mit der Endlichkeit des Lebens auseinander. Helmut Karasink, Günter Grass, Henning Mankell oder Helmut Schmidt. Ähm, also ich habe das Buch noch nie selber gehört. Ich kenne nur eine Person davon, also jedes Mal ein... Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich da die Antwort der Ex-Personen sprüste. Ja, also... Ja, wenn man aufsteigen kann, dann mache ich das. Es ist die Siedernstufe, du kannst das auch falsch raten, wenn du überlegst. Ja, stimmt. Da muss ich mal überlegen. Ja, das ist eine Erinnerung. Vergehe ich auch manchmal, das ist... Stimmt, ist ja... Also ich halt stufe. Wenn du mich ziehe, Henning Mankell. Wenn du mich ziehe. Ja. Ich gucke doch mal, ob das ich eine Erinnerung weiterbringen würde. Ist das richtig? Ja! Ja! Ich habe einfach nur geraten. Hunderttausend! Boah! Das war schon ein Überraschen für mich. Damit hast du jetzt jetzt den höchstere Quark von 100.000. Nein, wir hin. Frage 12. 250.000 geht um eine Viertelmillion. Oh je, los geht's. Was antworten Abahashi und Ranger als einer von Santa Marias Männern in der Schuh des Manitou laut Indianer schreit? Servus! Grüß Gott! Jetzt die... Oder... Verpreis der Meyser! Ne, ich weiß die Antwort nicht. Also... 100.000 Dollar sind schon sehr viel Geld bisher. Und... Also... Weißt du, es ist 50.000. Das wird jetzt nicht... Ist immerhin der Stopp. Und daher würde ich gerne aufhören und es wirklich nicht riskieren lassen. Allein mein Glück. Am Seiten am Faden. Also wenn, was? Ja, bestimmt. Gratulation, 100.000. Sehr gut gemacht. Sehr gutes Spiel. Okay. Entfragen, richtig. Mal gucken, wer das in den nächsten Folgen kaufen kann. Bin ich auch sehr wirklich gespannt. Und wenn ich jetzt noch tippen, was hättest du gesagt von den Vieren? Ähm... Allein weil es so absurd klingt, hätte ich D gesagt. Also D. Sau Preis, da Meyser. Sau Preis, da Meyser. Wir gucken, was richtig ist. Es wäre was gewesen. Servus. Ah. Hätt ich auch nicht gewusst. Ja. Servus gemacht. Das hätte ich richtig geraten. Das war so weit gekommen, wenn du da bist. Richtig schlecht. Super. Super. Ah. Auch noch irgendwelche letzten Worte für die erste Runde. Von deiner Seite aus. Ah. Mach anstrengend. Ich bin froh, dass ich den Rekord gebrochen habe. Ja. 100.000. Also momentan ist man erst mal deiner jetzt. Jetzt gucken wir mal, wer das in der nächsten Runde toppen kann. Wer hat mich auch gespannt. Ich meine, ich spiele ja auch noch ein paar Folgen irgendwann. Mhm. Schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Danke. Gleichfalls. Und es ist noch schon die ersten 100.000 weg. Jetzt würde gerne Glocken. Ist ein zweites Mal probieren. Bitteschön. Einen schönen guten Abend. Ein zweites Mal. Und willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist. An dem wir heute Abend so viel freiwillig haben. Ach ja. Wir starten direkt mal. Ich denke mal, die Regel braucht mir nochmal zu erklären. Die kennst du jetzt ja? Würdest du mal sagen, starten einfach mal, oder? Ja, auch wieder 14 Fragen bis zur Million. Ja, genau. 3 Joker, Publikum 50, 50 plus 1. Und dann Sicherheitsstufen bei Frage 5 und Frage 10. Das heißt bei 5.000 und 50.000. Genau. Dann sind wir wie eben. Und los geht's. Was wird vornehmlich von Mathematikern und Durchgefühl gehört? Hakenbehandlung, Rechenoperation oder Spatentherapie oder Schaubleingrenz? Rechenoperation. Ja, Spatentherapie wäre auch ein bisschen, aber wie stimmt. 500. 1.000. 2.000. Und was hat vor dem Württchen nicht verstärkte Wirkung? Gar. Al dente. Roh. Oder gekocht. Gar nicht. Irrit. 2.000. Geschafft. 3.000 Dollar. Wer ein Nickerchen macht, gönnt sich eine. Dusetran. Das ist schnarch. Wird zu schlafen. Adelbös. Eine Mütze schlafen. Was sind das hier für Fragen? Ist natürlich richtig. Total geile Fragen. 3.000. Und 5.000. Was sind der Lasten verliebt immer häufiger an Puntengeländern? Ein Schloss. Gucken wir mal, liebes Knochen, liebes Schlösser, liebes Kerl oder liebes Töter? Ja, liebes Schlösser. 5.000 Dollar. 5.000. Geht's bitte auch an der Kölner Hohenzollernbrücke. Genau. Hab ich auch schon gesehen. Kurze Pause machen wir gleich weiter mit einem Weg zum Millionen. Wir kommen kurz zu werfen, wenn wir nähern, mit Glocken M, der eben die 5.000 Dollar erreicht hat. Sehr gut gemacht. 2 Fragen noch, dann hast du deinen alten Rekord schon gebrochen. Du hast noch alle 3 Joker diesmal. Ja, das ist sehr gut. Würde ich mal sagen, wir waren nicht länger über den heißen Brei rum. Wir schlägen los. Wir schlägen los, okay. Was besitzen sehr viele Kakteen? 3 Speinen, Rippen, Knöschel oder Kniescheiben? 3 Speinen, Knöschel oder Knöschel oder Knöschel? Also ich könnte 2 ausschließen. Welche wären das? Ich nehme aber diesmal nicht die Münze. Sondern nehme den 50-5 Joker. Der 50-5? Der erste Joker in diesem Spielfeld? Wir entfernen 2 falsche Antworten für dich und stehenbleiben immer noch B und C. Das Spielt ihr mich doch verarschen. Ich hab's halt schon gewusst, dass er stehenbleibt. Aber ich kenn die Frage. Ich hab den jetzt vielleicht schon gespielt gehabt. Da ist, glaube ich, jetzt Rippelschein passiert. Jetzt ist die Frage. Riskieren oder Publikum oder Plus 1? Das Publikum ist immer wertvoller. Oder was würdest du denn von beiden nehmen? Ich würde mehr Rippen nehmen. Verlässchen oder Publikum haben wir den richtigen Antwort damals gewesen. Weiß das hier eine einzelne Person aus dem Publikum? Willst du den nehmen? Komm mir mal bitte jemand helfen. Da hat einer gewunken. Willst du den Typen nehmen, der da hinten bringt? Oder willst du das riskieren? Ne, nehm Plus 1. Okay, Plus 1. Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Ich kann definitiv zwei Antworten ausschließen. A und C sind es nicht. Und ich bin mir verletzt, dass es nur B-Rippen sein kann. Alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Also er schließt D aus. Dann bleib B übrig. Diese Nervosität. Der 50-50 hat mich verarscht. Elender Kack-Mobbing-Joker. Ich hasse den eigentlich echt. Ich nehme Rippen. Rippen. Stimmt. Schwere Verluste hier. Böde, er trifft sich, ruft sich. Schwere Verluste. Ja, der Joker findet mir genauso viel Glück wie dir jetzt gerade in der Runde. 7000 sind geschafft, zwei Joker weg. Bleib auf Publikum. Nächste Runde. Was geht auch bei den Kulturbanausen unter den Heimwerkern als bewährtes Mittel? Malerei-Kannabis, Musik-Haschisch, Richtungshanf oder Skulpturen-Gras. Ein bewährtes Mittel bei Heimwerkern. Ich hätte eine Tendenz, aber... Wir fragen das Publikum, helfen Sie mir. Was ist das? Wir fragen das Publikum, die Abstimmung läuft jetzt. Sehr viele zu rübe Gesichter. Wer kommt uns, ihr geht, was sie sagen. Die wollen mich doch verarschen. Genau das, was ich getendiert habe. Wirklich alle sagen C. Ganz ehrlich, wer hat die Werte in die Ratenbank eingetragen? Ich verratet. Also, niemand... Definitiv nicht C. Richtig. 10.000. Das Spiel... Das Spiel haftet mich doch. Eindeutig. Ja, vor allem, weil die Sendung jetzt rum ist. Das war Folge Nummer 3 von Werbe-Präume, der... Ich hoffe, dass du rein. Du hast aktuell die 10.000 von mir geschafft. Hast keine Joker mehr, aber kannst du Folge 3 deinen Wissen darüber ausstellen. Danke an alle, die heute, die dabei waren. Ich bin Maus 38, aufgrund unserer Klass. Bis morgen und tschüss. Tschüss. 12.000 von mir. Ich bin Maus 38.000 von mir. Ich bin Maus 38.000 von mir. Du hast immer die Trying. Bis dann. Bis dann. Bist du bist. Tschüss. Vielen Dank.